bis 22 Grad und die weiteren Aussichten oder eine Entlassung von Strache ist damit die logische Folge. Um drei Minuten nach elf, wir haben die A9 Nürnberg Richtung München zwischen Garching Süd und Kreuz Nord, ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen, da ist die rechte Spur blockiert, es staut sich bereits. Die A94 Passorichter München, Autobahn Ende, ein Unfall auf der rechten Spur, staut sich auch hier, danke an die Birgit und außerdem sind zwischen Zahmserf und Dagelfink Fahrradlfahrer auf der Fahrbahn unterwegs, bitte in beiden Richtungen vorsichtig fahren. Raus aus dem Verkehr, rein ins Grillvergnügen, mit Götz Gasgerät und ihrem neuen Gasgrill von Weber. Besuchen Sie uns in Gärmering oder unter gasgrill-münchen.de Blitzer für München und die ganze Region. In Dachau, Altenrömerstraße, Höhe des Klosters, Stadt Einwärts und in Neubiberg, in der Kaiserstraße, neu dazugekommen, danke an den Michael. Und sollte jetzt irgendwas fehlen, machen Sie es wieder Michael per Telefon oder per WhatsApp. Sie können uns jederzeit erreichen in der Arabella Verkehrszentrale, München 44334433 und wir melden dann die Blitze auch immer sofort. Wenn Sie schon geblitzt werden, dann wenigstens mit Stil. Zum Beispiel mit einem Kia vom Autohaus Dorren in Landshut-Ergolding. Radio Arabella am Wochenende und hier ist Klaus Schweiger. Endlich ist es wieder da, das wohlverdiente Wochenende. Und ein schöner Kulthüt ist oben drauf, auch noch dabei. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020